hallo und herzlich willkommen hier sind wir wieder bei gesund und fit in allen jahr ich bin der peter wir haben schon wieder den 31.12.2021 zack ein jahr ist schon wieder vorbei wie schnell die zeit hier vergeht ja in letzter zeit war es etwas ruhig da wird es demnächst mal ein kurzes update darüber geben was in der letzten zeit so alles bei uns ja sich verändert hat was so passiert ist wie unser weg in den letzten paar monate war trotz allem habe ich festgestellt wir sind angewachsen auf 1000 abonnenten dafür recht herzlichen dank ihr seid echt die coolsten die tollsten die besten ja ich danke meinen ganzen leuten meiner ganzen community die mir trotzdem dass es etwas ruhiger war die letzte zeit die treue gehalten haben dass auch trotzdem noch leute dazugekommen sind dass der kanal gewachsen ist für heute wünsche ich euch alles liebe alles gute ich wünsche euch einen wunderschönen tag heute einen wunderschönen abend feiert schön kommt gut rüber ins neue jahr 2022 ich bedanke mich recht herzlich fürs zu sein fürs zuhören heute haut rein lasst euch gut gehen genießt euren abend heute mit euren freunden liebsten bekannten haut rein wir sehen uns wieder im nächsten jahr bis dahin dann ciao ciao und peace paus Peace.